Noch hoffe ich, dass hier keine Verletzungen auftreten. Ich habe das noch nicht mit diesen Dings bis jetzt gemacht. Ich habe immer einen Teller genommen, aber bei der Menge wird es eventuell sonst abschmieren. Die kloppen da immer mit dem Holzlöffel rum, aber das mache ich nicht. Klebt an. Der Tariq ist in der Haus. Den kratze ich mit dem Holzlöffel raus, aber ich bitte dich. Guck mal. Safran, Berberützel, Kräuter. Na denn Onkel. Ich bin schon sehr aufgeregt.